Wolfgang Zentner ist ein ganz bekannter Mann aus der Motorsport Szene und diesmal jetzt auch bei der Wartbock dabei. So, wir machen weiter mit dem 59 Tina Wieger, Dorf Zwirnitz mit dem Eisnerpfer Andreas Rütter auf dem Beifachersitz. Ich darf für den Kämpfer abziehen. So, wir machen weiter mit dem Beifachersitz.